ja hallo und herzlich willkommen hier ist rock und zwar ja wir finden uns gerade im life is feudal kennen wir ja soweit auch alle ist ja auch alle so eine sache ich nehme das video jetzt einfach nur noch mal kurz auf um zu sagen man sieht ja hier es tut sich leider nichts mehr die jungs haben keine lust mehr was bedeutet dass ich auch keine lust mehr habe logischerweise denke ich mal ein bisschen lauter ich bin zu leise so dass man wieder zu laut ja man sieht es ja auch es ändert sich nichts mehr kommt nichts hinzu nein ich habe hier noch ein bisschen das versucht hin und her zu basteln man sieht dort vorne aber ohne unterstützung kommt man da nicht weit hat irgendwann geknallt gerade hier vorne keine ahnung wer ja auf jeden fall werde ich dieses format zumindest life is feudal leider vorerst beenden müssen ich werde mal gucken ob ich noch ein paar andere leute finde die in zukunft da vielleicht ein bisschen interesse haben ich werde aber weil ich eigentlich drei projekte laufen haben möchte im moment halt einmal grundlegend als sport 4 dann natürlich die tutorial reihe die wirklich viel zeit frisst und dann noch ein anderes format was ich damit anzeigen kann ist da oben eine sanduhr warum auch immer aber das war es dann auch das heißt vorerst ist das jetzt hier erstmal eingestellt dies erstmal zur begründung nicht dass ihr meint ich habe das einfach gemacht aber ich glaube das beliebteste war es oder so nicht gerade wurde kaum geklickt aber alleine für mich den spaß halber würde ich früher oder später noch mal aufnehmen wollen aber mal schauen wie es dann läuft ne also ob es da noch leute gibt die da mitspielen wollen vielleicht auch auf dem eigenen server das lässt sich ja durchaus machen die hardware dafür habe ich ja und dann würde man notfalls mal schauen alles klar ich danke auf jeden fall dass ihr euch hierfür interessiert habt dass ihr euch das angesehen habt und ja ich wünsche euch dann noch viel spaß bei den anderen videos und ansonsten einen schönen tag oder einen schönen abend ciao